Long-Covid wird offenbar von Teilen des Virus verursacht, die nicht abgebaut werden können. Zu diesem Schluss kommt eine klinische Studie an Patientinnen mit chronischen Darmerkrankungen unter der Federführung von Herbert Tilg, Direktor für Innere Medizin in der Innsbrucker Universitätsklinik. Dass Virusreste anscheinend mit Long-Covid-Symptomen korrelieren, ist human bisher noch nie gezeigt worden, sagt Tilg im Upper-Interview. Der renommierte Internist und Gastroenterologe, der auch als federführend in der Forschung gilt, erläutert. Bei 46 Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist im Zuge einer Magendarmspiegelung auch auf Corona getestet worden. Bei diesen eher jüngeren Patientinnen, die meisten sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, werde regelmäßig eine solche Spiegelung gemacht. 65 Prozent der Patientinnen mit festgestellten Virusresten im Darm hätten Long-Covid-Symptome wie Müdigkeit und Abgeschlagenheit gezeigt. Und dort, wo keine Virusreste gefunden worden sind, hat es auch keine Long-Covid-Symptome gegeben. So Tilg über die wesentlichen Ergebnisse der Studie. Die Long-Covid-Symptome hätten übrigens unabhängig von der vorliegenden Grunderkrankung bestanden. Zudem hätten 90 Prozent der Untersuchten einen milden Corona-Verlauf erlebt. Dies zeige erneut, dass es keinesfalls so sei, dass vor allem bei Menschen mit schweren Krankheitsverlauf Long-Covid die Folge sei. Auch mit weiteren bemerkenswerten Erkenntnissen zu der Studie, die soeben in der renommierten Fachzeitschrift Gastroenterologie veröffentlicht worden ist, wartet Tilg auf. Bei 32 Patientinnen, also rund 70 Prozent, seien im Schnitt 7,3 Monate nach der Corona-Infektion noch Virusbestandteile oder Virusreste in der Dünn- oder Dickdarmschleimhaut gefunden worden. In über 50 Prozent noch das Virus Eiweiß. Überdies seien auch Blutuntersuchungen gemacht worden, um die Antikörperantwort gegen das Virus zu messen. Die Patientinnen, bei denen am meisten Viren im Gewebe gefunden worden sind, haben weniger Antikörper, veranschaulicht der Internist. All das ist noch kein Beweis, aber ein starker Hinweis darauf, dass der Körper offenbar ein Problem hat, diese Virusbestandteile endgültig zu eliminieren, betont der Mediziner. Woran das genau liege und wie man die Bestandteile komplett ausradieren könne, darauf habe die Medizin bis dato noch keine Antwort. Es gebe überdies auch andere Viruserkrankungen, wo Ähnliches vermutet wird, aber diese seien wesentlich seltener, so Tilg. Insgesamt sei es naheliegend gewesen, eine solche Patientengruppe für die Studie heranzuziehen. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen bzw. das Instrument der Magendarmspiegelung seien dafür quasi prädestiniert, da eine solche Untersuchung bei diesen Patientinnen wiederholt notwendig ist. Jedenfalls könne man nicht in jeden anderen Organbereich so leicht und mit verhältnismäßig zu rechtfertigendem Aufwand hinein. Es gebe keinen Beweis dafür, sei aber ebenfalls naheliegend, dass solche Virusreste auch in anderen Organen wie etwa Lunge, Nieren oder Leber vorhanden sein können, betont Tilg.